hauen die alle um und am ende lasst ihr mich gewinnen weil ich der coolste von euch bin ich habe einfach 6.855 gems und ich weiß nicht wo ich sie verwenden kann ich habe 146 ja und das schöne ist ich muss mir keine von ihr müsst euch ihr müsst ja für diese erweiterten vier hier müsst ihr jams ausgeben kann man ja ich muss für die keinen jams ausgeben ich muss für so ziemlich gar nicht es gibt es gibt auch ein ding dafür spaß ist entscheidend ecke es gibt auch wir müssen nicht auf müssen nach einmal den modus champion spielen das ist so ein capture the point ding eroberungsteil herrschaft herrschaft genau sowas in der art aber mit verschiedenen klassen wie magier und co da kann man sich auch spells für über 1000 gems kaufen schön ist ich habe alle spells ich weiß nicht wohin mit meinen 6.855 gems die untenstehende kiste ich für mich die untenstehende kiste packst du da rein wie so zocken wenn man geld ausgeben kann ja ist so ja tut mir leid ich habe es aus Versehen gekauft es ist also nicht aus Versehen ich habe es gekauft weil ich dachte ich brauche es um sachen wie zum beispiel hier diesen diesen dragon escape und so zu spielen und ich wollte es unbedingt spielen ich habe gar nicht gewusst dass ich diese vorteile dadurch auch habe das sagen sie alle leid dann werden sie schwanger ich habe es gestern ausführlich in meiner anderen folge die ich mit astra aufgenommen habe erklärt könnt euch gerne alle angucken ist die schon online oder nein die ist noch nicht online ich weiß nicht mal ob die online ist in dem moment wo dieses video hochkommt weil ich eigentlich vor habe dieses video dann ein bisschen vorab hochzuladen so wir müssen uns dann vielleicht mal so absprechen oder so wäre sinnvoll wenn es gleichzeitig kommt ja wäre sinnvoll indeed also vor morgen kann ich eigentlich eher nicht ja ich kann normalerweise vor nächsten wochenende meistens nicht weil ich unter der woche schlecht hochladen kann ja über nacht ja muss ich auf dem pc anlassen währenddessen ich schlafe na und mache ich immer immer also voll oft weil ich habe ja scheiß kack internet ich habe so in einer nacht ungefähr ein video ich habe in einer zwei ich habe in einer so fünf sechs ich lade mir meistens in einer nacht das ist noch ein schlechtes internet ja ist einfach zu viel youtube money ja viel zu viel youtube money mit 1300 abonnenten ja hallo ich bin gronk ich lebe an der hungernot weil ich habe zu wenig geld von youtube und du lebst an der hungerlose ja ich habe den satz voll gefällt gramedikalisch beste oh vincent ist gequittet hm der war wohl doch nicht nur auf dem klo ne doch der war zu lange er hat sich zu lange nicht bewegt nein der hat dann eine internetleitung jetzt so viel dann sind wir im team schon mal einer weniger ne passt schon oh es geht los ok neun sieben sechs fünf vier ich werde es im übrigen auch schneiden drei wirst du oh jetzt ist wieder einer disconnect bei mir nicht bei mir gibt es die volle ladung also also jeder der hier willkommen zurück du musst wieder auf den server joinen ne du hau rein die runde geht sofort los hau rein ich glaube server 5 17 16 ja ok es sind 24 player also kann er nicht tja pech bei mir gibt es die ungeschnittene volle ladung als wäre alles sehen wir muss auf einen kanal gehen weh du schneidest das raus ich überlegs mir das kannst du direkt das kannst du ganz vorne vor dein intro schneiden also ich hap kein intro das ist ja das da mach dir ein intro mach dir ein intro nur für diesen satz meine ganze kiste bekommen ich nicht ich hab drei sticks und faden ich würde mal sagen wir suchen uns alle ein paar kisten und dann treffen wir uns irgendwo schon weggerannt wie ein idiot ja hallo hat schon von irgendwem gehauen stirb ich komme zu dir leid wie leid leid habe ich auch noch nicht gehört nein ich habe schon viele namen bekommen aber das ist ein neuer und ich weiß dass man so ich habe gar nichts habe eine lederhose danke ich habe einen getötet bitten wir huma können wir ja ich habe sticks kann mit sticks auf ihn einhauen komm ich hau mit einem schnitzel auf ihn ein muss von hinten auf ihn draufschlagen das sollte ich nicht tun guck mal wer da kommt guck mal wer da kommt ja ich habe ein schnitzel rückwärtsgang ist eine axt besser als ein holzschwert als ein damit schwert das wird ja beide gleich ein axt ich bin gerade ich bin gerade so ich bin bei irgendeinem haus sind ganz viele so schien hoch und runter gehen hat von euch jemand eine elsenbahn und ein stick nein ich habe eine gold leggins wenn du die willst ne ich habe schon eine elsen gold ist eine schlechte rüstung oder ja einer der schlechte rüstung also die schlechte zwing aber ich habe jetzt gerade zwei typen gekillt die nicht wirklich in gefahr für uns waren aber hauptsache sind sie weg die looten uns schon mal nix mehr weg eingetötet das problem bei der ganzen sache ist aber immer noch nur ein holzschwert ich glaube paddy ist traitor ach ja natürlich bin ich traiter wie immer ne ja ich habe ein boot gefunden wir sollten alle auch zusammen eine runde ttt aufnehmen ja auf jeden fall dafür vor allem wollte ich ja immer noch mal was zu gary's mod aufnehmen was nicht gefehlt ist oh mein gott ich kann mich nicht richtig bewegen die ttt habe ich auch noch ein paar ja auf jeden fall nennen wir den der hat schon ziemlich viel damage ja ich habe ihn einmal gehittet mit meinem stab ich war bestimmt der entscheidende punkt hast du ein schwert oder sowas für mich äh nein ich habe ne oh mein gott guck mal wo ich gefangen bin ich bin angegriffen von einem typ mit einer holzachse ich bin hier raus mein gott ja was ist das für lappen ich komme hier nicht raus ich werde sterben müssen er ist tot äh miss äh äh ich habe jetzt ein ganz schlechtes karma ich habe schon wieder einen innocent getötet ich rutsche hier mal durch oh gott alle leute die jetzt ttt nicht kennen werden überhaupt nicht verstehen was wir hier labern ja ja Trouble in mineville geht auch Trouble in mineville also wenn man Trouble in mineville kennt kann man da auch irgendwie ein bisschen was verstehen ja du hast recht aber Trouble in mineville ist die billige Nachmauer von ttt war ttt nicht nachher? nein ttt gibt's schon ewigheiten das gibt's schon jahre das gab's schon bevor es minecraft gab nur damals war es irgendwie kein richtig das ist richtig alt ja ich hab's erst nach Trouble in mineville äh dann einfach alles loot und soviel scheiße die ich eh nicht looten würde minecraft hat die meisten hat viele spielmodus einfach nur kopiert was ja nicht schlimm ist aber ähm jetzt mal angemerkt hab ja ja ok hier werde ich keine kisten mehr finden du hast deine spielmodus von ungespielt geklaut also von dem her ich hab meine ganzen des plays von ungespielt geklaut ich nehm auch nur videos von ungespielt und überleg meine stimme drüber ich kämpfe gegen einen der ist ungefähr genau so stark wie fuck dabei guck ich kaum ungespielt NEIN ich guck eigentlich von ungespielt nur videos dir mit zombie zusammen aufnimmt aber hauptsache ich klau alles von ihm dachte ich wär besser oh man ja ich hab ein steinschwert und ein kompass äh ein holzschwert meine ich ja heiß ey mit dem werd ich mich nicht anlegen ich hab lange und raw beef ich hab noch ein kompass ich kann dir einen mitbringen wenn du willst herzlichen glückwunsch ich hab ein kompass aber kein schwer zum killen da bringe ich mir da kompass ja ich hab zwei kompasser wobei in der nacht zeigen die kompasser aufs dach arm 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 light stick was sofort wo was stick wo bist denn du weiß ich nicht ich bin bei dem wasserfall wo du vorher warst ah warte ich komm zurück ich hab zwei erzenbahnen nämlich super warum auch immer ich hab die einfach grad hat sie sich gecheat der sau der hund der ja ist so ist so von wo kommst du dann renne ich dir oh gott hier ist er ich renne in die höhle rein durch die du den einen kerl verfolgt hast mit nem steinschwert warte ich verfolge dich jetzt hab ihn getötet ich hab nen steinschwert übrigens gut dann kannst du mir das Eisenschwert geben wo bist du ah du bist ja hinten beim haus ne ich bin hinten bei dem wasserfall warte ich komm er ist hier direkt bei dir lad ach du bist schon tot paddy ja leider ich hab gegen nen typen mit demselben schwert gekämpft hi hey bitte ach so danke wo ist denn hier ein crafting table ein crafting table ich komm nicht in einen der häuser ich beschütz dich mal dankeschön ich glaube das ist bisher am häufigsten mir passiert dass ich irgendwie während dem crafting also gekillt wurde also hier ist nichts gut kommt da einfach wieder rausgelaufen diese sau weißt dann lege ich mir schon die sprint taste auf shift und nutze ich sie nicht mal ähm brauchst du noch irgendwas an rüstung warte mal warte mal warte mal zack wow super 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 zack ich weiß nicht zack ähm noch ein bisschen was zu essen hier super 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 wow das ist alles super das ist alles genial sag ne ich hab zwei level brauchst du noch nen compass oder so ja okay ja wenn du einen übrig hast immer bitte äh gut bitte äh was ich kann den nicht werfen na gut okay dann nicht hm fuck der compass hier ist ein crafting table ach okay ja hier ist crafting table weißt wo ich bin na okay weiß ich ja ich beschütze dich ohja wo sind die gegner Eisenschmerzen ich hab meine kekse weggeworfen herzlichen Glückwunsch vor lauter begeisterung kekse verschmeißen sich ähm wir brauchen nen chanting table wieviel level hast du ja äh zwei ja ich auch das ist super dann geh mal da ist in der mitte ist bestimmt einer da ist einer also da ist jemand ja dann töten wir ihn alter würde ich sagen er hat nen Eisenschwert so viel spaß mit dem verdammt ups ja jetzt hast du nen Eisenschwert herzlichen Glückwunsch ja aber ich muss erklären und light direkt mit der ist noch einer er hat auch nen Eisenschwert renn weg renn weg renn weg lauf 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 fuck 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 ich weiß nicht ob ich das Eisenschwert aufgesammelt hab das ist mein problem reine einfach war schon voll der vorsprung du kannst ja während dem laufen nachschauen naja wie denn ich hab mein Inventar ist kein sagen wir mal so oh ja dann öffne mal das Inventar während dem laufen ja und dabei weiter laufen ne ja er ist dir nah er ist dir ganz nah naja ich hab vor allen Dingen vor lauter Aufregung mein Steinscherge geschmissen ne uh ähm Moment ich logge ihn in dieser scheiß Fall in dem Wasserfall hier ja er ist nur ziemlich sehr nah du bist tot längst bist du sicher? ok doch nicht doch noch nicht er ist mental retarded weißt du äh warte leid noch gleich gleich mal hoch er bleibt stehen er bleibt stehen ja er steht jetzt kannst nachschauen schnell äh warte da ist Schnee schau schnell nach nein da ist Schnee jetzt ist er er kommt wieder ja er ist wieder hinter dir viel Spaß juhu mein Gott kann man jemanden für Deathmatch callen? da hab ich den vom Schaden vom Schneesturm danke vincent vincent ist dein zu sehr hoch wird er mich hier nochmal achso oh ok ja schau schon dann immer in den Zeiss maiden weit weg ja ich hab's ich hab's ich hab's ok schnell ausrüsten hab ich noch was hab ich noch oh ich hab ne wow ok hier mein Croc geht wieder da zum Spawn gut alle Sachen ausrüsten oh kommt hier irgendwo wer brauche ich nicht mehr ok noch ein Iron Schwert ich hab zwei Iron Schwerts Iron Schwerts Iron Schwerts ja perfektes Englisch du heißt das jetzt das ist die Neusprache das ist jetzt die Neusprache das ist jetzt die Neusprache genau aber besser sagen ein Schwert zwei Schwerts genau ich hab übrigens auch ein Holzschwert mit Schaden plus Enchanted aber oh oh mein Gott ok hier kein Enchanted Table nein hier ist keiner gut gut da ist einer ja wie viele Leute leben noch du da ok ich glaub die gehen auf mich oder au ja ficksch aus du weißt immer deine Suppe weg ich ess die die ja toll geht halt beide auf mich zwar bestimmt auch ein Team auf jeden Fall wo ist der andere ich glaube da ist ein Schnee wenn du mal nicht so gutes Team erst weggelaufen ja ok das war ja auch kein Team aber ne aber ich bin dritter reicht mir wollen wir jetzt eine Runde Arcade spielen zweite wir lassen oh oh auch nicht west side top 1 hat gewonnen ok dann return to hub und den Kompass also das Gamemenü aufrufen und dann ein auf Arcade und dann ich wäre für Server 11 weil das noch nicht ganz so viele Leute drin warte was ist ein Arcade achso das ist Arcade 11 welcher ist denn 11 dort wo 11 dabei steht wenn du drüber fach so ah ok und was spielen wir jetzt was spielen wir jetzt oh wir spielen das das ist lustig ähm was da das ist nicht das was ich dachte ok egal ich hab keine ahnung was das ist aber das ist lustig bestimmt das ist ein Schaf ich hab's bedürfen weißt du was also ich bin Jumper das ist die einzige Klasse die ich wählen kann ja ich hab auch Jumper gewählt ja komm mal runter in den Minenschacht da unten Double Jump hallo Vincent es geht in 11 Sekunden los hallo ja hallo ok also keiner hat Ahnung ähm wie das Spiel geht oder ne indeed wir spielen hier ja was im Hals was ist das ich hab keine Ahnung also ich renne das ist one the quiver einer im lauf Vincent oder genau one the chamber wenn das jemand kennt das heißt du hast einen Pfeil der killt instant wenn der trifft ja ansonsten musst du ihm ein Schwer töten um einen neuen Pfeil zu kriegen für jeden kill kriegst du einen neuen Pfeil ich hab keinen Schwer ich hab keinen Schwer ich hab mich so ein bisschen an einem im lauf ah ok eine Axt dann halt aber du hast einen Bogen auf jeden Fall und es ist eine im lauf das ist die kopierte Steve um einen im lauf oh fuck für jeden kill kriegt du diesen neuen Pfeil ah das ist cool Mist ah ja ja fuck you ey dich hab meinen Schuss schon verschossen äh warum krieg ich denn oh wow ich hab nach dem Ding meinen Pfeil geschossen scheiße wie viel Leben hat man? wow man hat unendlich viel Leben glaub ich weiß ich gar nicht first mit 20 ja die ersten 20 kills ja die ersten 20 kills hat aua nice ah hab grad mein mein Pfeil so unnötig verschwendet alter Alter dieser Drachen sauernd sauernd ne der wütende Aua au krieg ich jetzt eigentlich auch mal wieder einen Pfeil warum hab ich denn keinen Pfeil mehr au wie soll ich Aua aim over 9000 Alter wisst ihr ich krieg überhaupt keinen Pfeil mehr ich versteh nicht warum aber ich krieg keinen Pfeil mehr 9 kills ich bin zweiter wie soll ich denn jemanden kill wieder schaffen wenn ich keine Pfeil mehr kriege wenn ich keine Pfeil mehr kriege wenn es dir kommt die COD-Skills auf einmal durch ne ja man jawohl ach jetzt krieg ich gleich zwei oder was jetzt krieg ich gleich zwei Pfeil na dank spiel na herzlichen Dank so alle auf live äh live ich zeig ja jetzt nicht warum auch immer da komm her ja ich hab auch noch einen gekillt jawoll nein nein oh fuck Mist jetzt krieg ich wieder mal einen Pfeil dann toll warte es gibt so schnell diese Spiele irgendwie boah ey der Vincent wir sind sie hier echt Porn will ich? ja aber ich hab grad mal einen Fall und ich bin ganz weit unten ja das ist total hektisches Spiel ne ja irgendwie wir sind die alten Spieler gar nicht gewöhnt wir das können nur diese Jungspunde ich hab jetzt neun Kills lol ich hab zwölf ich glaub zehnjährigen ich bin glaub ich der mein älteste hier was? wie alt bist du? was? 16 unglaublich oh nice mein älteste ah Vincent ja aimbot yo aimbot gg wir hatten doch mal nen minecraft trickshot auf youtube oder? yo hohohoho ah das ist das squid ding ihr könnt ihr mit squid mit sie an das squid abschießen das lustig das lustig ähm und wie? einfach rechtzeitig mit der axt achso ich hab nen sniper squid einfach weil ichs kann was kennt der sniper squid eigentlich? ähm er ist ein cheater muss man in dem spiel jetzt machen? ja du musst andere squids töten vielleicht hab auch mal den squid da ist man selbst nen squid geht los oh mein god ich kann diese Spannung kaum aushalten ich hab 6.955 gems knapp 200 ich hab das erste mal komm 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 Alter ich hab 4 mal geschossen und ein boah ich bin schon ich hab dich geschlagen werden w komm